Hallo Leute und ein langer Sehntes Herzlich Willkommen zurück auf TheOmMinecraft. Endlich bin ich wieder da. Und das Ganze wörtlich genommen, ich bin wirklich wieder da. Ich war nämlich eine Zeit lang leider nicht hier vor Ort. Und es gibt auch wirklich eine ganze Menge Neues bezüglich unseren Projektes hier. Ihr seht es schon im Hintergrund, da habe ich wieder die Seite geöffnet. Ich fange jetzt einfach mal an zu zeigen, was wir alles Neues haben. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt größtenteils an die Abonnenten, die schon wissen, worum es hier geht. Für die Leute, die noch nicht wissen, worum es hier geht, es geht hier um ein Projekt, was in Minecraft stattfindet. Ein wirklich verrücktes Projekt, aber dazu muss ich sagen, guckt euch bitte erst die anderen Videos an. Oder guckt euch dieses Video an und seht, wie verrückt dieses Projekt ist. Aber um es alles zu verstehen, müsst ihr natürlich die anderen Videos gesehen haben. So, das ist die Webseite. Hier haben wir das Spiel, das ist aber schon bereits hochgefahren. Ich habe mich bezüglich der Rechtslage ein wenig informiert. Das heißt, ich habe mir geguckt, Minecraft und Copyright etc. Dann, Statistik gibt es nichts Neues gerade, registrieren. Habe ich jetzt so gemacht, dass man schon überprüft, die Webseite überprüft, ob ein Minecraft-Account existiert. Das heißt, ich gebe jetzt mal irgendwas ein und ihr seht, dieser Spielernahme existiert nicht. Wie rum, wenn ich hier Notch eingebe, müsste der Spielernahme hundertprozentig existieren. Yes. Dann habe ich noch ganz viele Sicherheitssachen gemacht, die ihr wahrscheinlich nicht versteht. Deshalb ist es jetzt, wenn ihr jetzt auf Login drückt, dauert das Login zwei Sekunden länger als gewöhnlich, weil ein wahnsinnig Sicherheitskomplex sich da im Hintergrund aktiviert, was das Projekt relativ sicher macht und relativ unhackbar macht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt, wenn ihr böse Absicht dran geht, ist es sicherlich möglich, alles Mögliche zu hacken. So. Laden. Basis kaufen. Da gibt es jetzt nicht so viel Neues, bis auf diese wunderbare, ganz tolle Basis, die fertig ist. Eine für 50.000. 50.000 Coins. Die Admin-Basis sozusagen, wie ich mal scherzhaft sage. Aber nein, die könnt ihr euch irgendwann auch leisten, wenn ihr viel spielt. Und ich würde sagen, wir gehen auch nochmal spielen. Es gibt eine ganze Menge Neues für Beginner, die das erste Mal auf die Webseite gehen. Das Tutorial wurde aufgebessert, etc. Aber ich würde sagen, wir gehen mal wieder los. So. Ich trage mich ein und jetzt trage ich mich ein. Ich habe jetzt sozusagen meinen Account vor diesem Video zurückgesetzt und habe mich bereits schon einmal eingetragt. Und wenn man sich das zweite Mal einträgt, dann sieht das Webinterface anders aus. Also ein bisschen schwer zu erklären. Dann, wenn ihr euch das erste Mal eintragt, dann wählt ihr nur eine Basis aus und seid sofort eingetragen. Ich will euch mit diesen Risikowetten und allem Möglichen erstmal gar nicht quälen. So, ihr seht, das sind meine Basen. Ich sollte mir vielleicht tatsächlich mal ein paar Basen noch kaufen. Ich nehme übrigens, wir haben jetzt Minecraft, genau, bevor ich es vergesse. Wir haben Minecraft, das wurde gebaut von einem guten Kumpel von mir. Ich kann ja auch mal den von meinem Pixel. Der heißt aber, glaube ich jetzt auf YouTube, nicht meinen Pixel. Ich werde auf jeden Fall in der Videobeschreibung mal seinen Kanal verlinken. Könnt ihr auch mal drauf gucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich nehme jetzt einfach mal die Wasserbasis. Wurde von Tanitini gebaut. So, spielen, eintragen, bla bla bla. Wasserbasis. Keine Ahnung. Dieser Steve hier, der nervt euch nur jetzt. Danach wird er euch nie wieder nerven. So, Risikowetten. Wurde auch eine ganze Menge verändert. Ich kann zum Beispiel hier mal ganz viele Risikowetten angeben. Ich werde das Spiel gewinnen, 0 mal sterben. Und das Ganze addiert sich ja zum Schluss. Dazu kommen wir dann gleich. So, und zu guter Letzt kann ich noch Startoptionen treffen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, meine Basis soll geschützt werden. Ich möchte ein Eisenkit bekommen und das reicht. So, hier sehen wir das Ganze nochmal aufgelistet. Und eintragen. Verbindung wird hergestellt. Hier gibt es auch Laufzeitanhebungen, dass das Ganze ein wenig schneller von dannen geht. Warte ich jetzt einen kleinen Moment. Und wir sollten jetzt gleich die Nachricht bekommen, Verifizierung erfolgt. Das heißt, ich werde gerade auf dem Ziel eingetragen. So. Und genau, was fehlt noch? Richtig. Hier unten fehlt noch was. Ich mache mal eben kurz etwas. Ich DOP mich mal kurz auf den Server. So. Und ihr seht auch schon hier oben, Offline und warten auf ersten Serverbesuch. Und im Spiel kann ich nun auf den Server draufjoinen. Das dauert einen kleinen Moment. Wir kommen rein. Map wurde initialisiert. Das steht jetzt links unten. Das steht da immer, wenn die Map das erste Mal eingerichtet worden ist. Im Spiel hat sich auch eine ganze Menge getan. Zum Beispiel ist jetzt neu im Spiel das, wenn mehrere Spieler gleichzeitig online gehen, dann dauert das immer einen Moment, bis alle Spieler sozusagen dann spielen können. Die werden nämlich immer hintereinander sozusagen vorbereitet. Ihr seht jetzt, während ich vorbereitet werde. Das heißt, jetzt steht bei mir vorbereitet und können zum Beispiel andere Spieler nicht vorbereitet werden. Und in dieser Zeit können andere Spieler an so kleinen Jump'n'Run Parcours teilnehmen, einfach um die Zeit ein wenig zu überbrücken. So. Wow. Witzig. Wir haben gleich beim ersten Mal hier einen Fehler links unten. Jetzt dauert es einen kleinen Moment. Ihr seht gerade im Spiel gab es hier gerade einen Fehler. Error Level 0,20. Aber der Fehler hat Gott sei Dank keine Auswirkungen. Immerhin etwas. Denn es kann sein, dass wenn dieser Fehler auftritt, beim ersten Mal kann es sein, dass ihr nochmal vorbereitet werden müsst. Ist jetzt aber nicht der Fall. Also Schwein gehabt. So. Wir bekommen unsere Rüstung wie bestellt auf der Homepage. Und wir bekommen Bücher. Da steht immer, wie wird gespielt. Das Webinterface. Die Spiele-Tits wird erklärt. Dann habe ich gesagt, dass meine Basis gesichert werden soll. Ihr seht, ich kann Blöcke meine Basis an- und abbauen. Wenn ich jetzt von der Basis weggehe, passiert nichts. Wenn ich jetzt aber zur Basis gehe, seht ihr im Chat die Nachricht. Geschützten Bereich betreten. Und ich kann jetzt nichts machen, bis die zweite Nachricht kommt. Basis als deine verifiziert. Das Ding ist nämlich folgende. Sobald ihr geschützten Bereich betretet, werdet ihr Game Mode 2 gesetzt. Ihr könnt nichts mehr bauen. Ihr könnt nichts mehr abbauen. Aber gleichzeitig wird noch überprüft, ob dieser geschützte Bereich euch gehört. Ist das der Fall, werdet ihr wieder zurückgesetzt. Und ich kann an- und abbauen. Mit anderen Worten. Wenn ich jetzt sozusagen hier vor die Tür einen Block lege, wird keiner hier in diese Basis reinkommen. Dafür empfiehlt sich einen Sandblock direkt hier hinzusetzen. So. Dann. Da haben wir mal ein Schwert. Blablabla. Jetzt gehen wir mal zurück ins Webinterface. Ihr seht, hier habe ich auch noch ein paar Optimierungen gemacht, dass das hier so schön aussieht. Erfolge. Dazu komme ich gleich. Können wir mal was hinzufügen. In der Aktion habe ich die Laufzeit ungemein angehoben. Das heißt, ich kaufe mir jetzt die Kampfhunde. Ich drücke jetzt hier drauf. Klick. Und da seht ihr schon im Spiel kommen die Kampfhunde. Die Laufzeit ist echt wahnsinnig angehoben. Oder ich kaufe jetzt mal ein Pferd. Und ich drücke jetzt da drauf. Und da ist das Pferd. Also ihr seht schon, das geht ganz schön schnell mittlerweile. Das war früher deutlich langsamer. Gut. Es gibt Benachrichtigungen. Es gibt auch schon ein Spielende. Dazu komme ich gleich. Aber was gibt es noch? Es gibt hier gemeisterte Erfolge. Kann ich jetzt mal hier hinklicken. So. Ich muss noch für jeden Erfolg einen Text eingeben. Und das sind noch nicht alle Erfolge. Aber ich möchte hier alle Erfolge auflisten. Die es in Minecraft gibt. Und für die bekommt man Medaillen. Ihr seht ja mal hier rechts, was für Medaillen es gibt. Und das Ganze kann dann so aussehen. Der erste Erfolg ist Inventory Open. Dafür gibt es jetzt erstmal nichts. Schade. Der zweite Erfolg, den man in Minecraft erringen kann, ist Holz abbauen. Das mache ich jetzt mal. So. Ich baue Holz ab. Ihr seht rechts oben. Achievement Got. Get. Entschuldigung. Getting Wood. Und ihr seht jetzt, der Server antwortet auch nochmal. Plus eine Medaillen. Erfolg. Holz abgebaut. Im Hintergrund seht ihr gerade das, was passiert. Ihr seht hier Gewinn erfüllt. Was gibt es noch? Ich kann mal machen. Crafting Table bauen ist ein Erfolg, glaube ich. Da. Crafting Table ist ein Erfolg, den man erreichen kann. Dann ist ein Erfolg, wenn man eine Sense craftet und eine Wooden Hole craftet. Jetzt habe ich mal gleich zwei Erfolge hintereinander schnell gemacht. Wenn man zwei Erfolge hintereinander macht, seht ihr, dass das einen Moment dauert, bis der erst angezeigt wird. Die zwei Gehörer werden nacheinander angezeigt. Ich habe erst die Holzspitzhacke erstellt und danach habe ich meine Sense, genau, mir fehlen immer die Begriffe, die deutschen Begriffe, Sense gecraftet. Aber ihr seht im Hintergrund bewegt sich die ganze Zeit auf der Webseite. Liegt daran, dass hier, ihr seht schon, wurde das Ganze geupdatet. Map Overview wurde auch noch ein bisschen verbessert. Ah ja, richtig. Und ich habe ganz viele Sicherheitsvorkehrungen für den Server gemacht und sehe gerade, dass ich bei den Sicherheitsvorkehrungen vergessen habe, das Map Overview einzutragen. Yes, cool. Dann haben wir das jetzt auch schon mal geklärt. Das muss ich gleich noch eben nachtragen. Lol, dass ich das vergessen habe. Jo, und dann würde ich sagen, beenden wir nun mal das Game. Das Game beendet sich um 22.50 Uhr, beendet das Game. Dann hat der Spieler noch 10 Minuten Zeit zu zocken. Nur um 23.50 Uhr, Entschuldigung. Und pünktlich um 0 Uhr ist dann das Game zu Ende. Ich simuliere nun dieses Ende. Ihr seht jetzt hier, Ende, Event durch Abnehmen beendet. Das war ich gerade. Um euch einmal zu zeigen, wie es dann aussieht, wenn das Game tatsächlich zu Ende ist. Denn da habe ich auch noch eine ganze Menge rumprogrammiert. Da gibt es auch noch mal eine ganze Menge. Also warten wir einfach mal kurz einen Moment. So, Game beendet. Dauert einen kleinen Moment. So, und es ist offiziell. Das Game ist zu Ende. Die Ergebnisse werden errechnet. Und hier auf der Webseite, genau, schließt sich das Webinterface automatisch. Und ab jetzt heißt es warten, weil das Server jetzt sozusagen erstmal gleich den Minecraft-Server ausschaltet, dann die Ergebnisse berechnet und die werden dann bekannt gegeben. Und dann zeige ich euch auch noch mal, wie das dann da aussieht. Es gibt wirklich ganz viele Sachen, die ich noch gemacht habe. Es war sehr mühselig, das alles zu programmieren, wovon ihr größtenteils gar nichts mitkriegt. Denn das, was ihr letzten Ende seht und wovon ihr was macht und so, das ist gerade mal so 40% des gesamten Projekts. Die ganzen 60% sind im Hintergrund Programme, die laufen, von denen ihr niemals was hören werdet und von denen ihr niemals hier was sehen werdet auf der Webseite, auf dem Server. Aber die sind zwingend notwendig. Das sind sowohl Sicherheitsprogramme als auch, ja, Programme, die da für die Laufzeit sorgen und was die nicht alles noch machen. Und viele Sachen sind da auch relativ intern, was ich jetzt nicht sonderlich groß sagen möchte drüber, weil das, wie gesagt, eigene Skripte sind, die ich selber entwickelt habe, steckt viel Arbeit hinter. So, und es ist soweit. Die Ergebnisse wurden mittlerweile ausgerechnet. Es ging auch relativ zügig, weil nur ein Spieler online war, ihr seht im Hintergrund. Jeden Tag ändert sich auch der Hintergrund. Der hat sich gerade auch geändert. Und ich kann mich nun einloggen. So, klick, klick. Nein, meine Meinung ist mir nicht wichtig, Kaspersky. Willkommen, Josef. Hallo, Josef. Das Ergebnis vom 8.2. Die dritten steht fest. Ich muss schon sagen, ich trafe Leistung. Erster Platz. War ja auch irgendwie anzunehmen, wenn nur ein Spieler mitzockt. Das muss sich auch nochmal ändern, dass wenn mehrere Spieler nur so ein oder zwei Spieler mitzocken, dass es dann nicht so eine Preisvergabe gibt. So, Urkunde an mich. Medaillen 4. Erster Platz. Erster Preis ist die Wolfshütte. Und zweiter Preis sind 1240 Coins. Hm, ganz schön viele Coins, wobei ich nur 4 Medaillen habe. So, und hier wird gesagt, wie wird das Ganze gerechnet. Das hier. Alle Medaillen werden mal 5 genommen. 20 Medaillen haben wir so. Plus ersten Platz erreicht, gibt nochmal einen Bonus von 500 Coins. So, dann plus 250 Coins. Dann plus 100 Coins, weil wir diese Wette gewonnen haben, diese Risikowetten. Plus 50 Coins. Und wir haben eine Wette verloren. Da stand nämlich drin, der Wette, ich werde mindestens 15 Leute killen. War ja nicht der Fall. Wir haben nicht niemanden gekillt. Also haben wir 300 Coins verloren. So, und das Ganze ergibt dann bis jetzt, ergibt das Ganze 620. Und wir haben noch diese Wette angekreuzt, selbstbewusst. Die selbstbewusst verdoppelt das Ganze. Also 620 wird dann nochmal plus 620 errechnet und ergibt dann zum Ende 1240. So, das ist der Betrag, den ich gewonnen habe. Und wir finden nochmal hier unten ein Ranking, wo alle meine Wins sozusagen einmal angezeigt werden. Und wenn ich hier oben auf Ich klicke, kann man hier sozusagen nochmal alle seine Gewinne nochmal begutachten, indem man die anklickt. So, dann habt ihr gerade sicherlich noch gesehen bei Ich, habe ich jetzt gemacht, dass man Account löschen kann, Account zurück. Account löschen, da bin ich gerade dabei. Das ist leider ein bisschen kompliziert. Denn man darf zum Beispiel nicht sein Account löschen, wenn man gerade spielt. Also ich habe mir folgendes überlegt. Wenn ihr auf Account löschen drückt, dann wird der Account erst zum Ende des Events gelöscht. Das heißt, dann werdet ihr ausgeloggt und solange ihr euch nicht bis zum Abend 0 Uhr einloggt, wird der Account gelöscht. Ansonsten könnt ihr das Löschen somit abbrechen. Spielernahme ändern war auch, es kann ja manchmal sein, dass ihr euren Spielernamen falsch angebt. Zum Beispiel, irgendwie euch Rechtschreibfehler macht oder so und dann kommt ihr ja nicht auf den Server. Dann könnt ihr, nachdem er euch eingetragen hat, könnt ihr noch euren Spielernamen ändern. Ihr könnt so lange euren Spielernamen ändern, bis ihr spielt. Das heißt, sobald ihr einmal den Server betreten konntet, also sonst würde dort stehen, you are not on the whitelist. Aber wenn ihr den Server einmal betreten konntet, ab dann könnt ihr den Spielernamen auch nicht mehr ändern, bis das Game vorbei ist. Jetzt kann ich natürlich meinen Spielernamen ändern. Ich kann natürlich eingeben, Notch, juhu, ich mache jetzt mal eins eiskalt zu Notch und habe damit die Identität Notch angenommen. Ihr seht hier oben das kleine Symbol Notch. Habe ich übrigens auch gemacht, da seht ihr oben das Kinn, warum das Spiel angezeigt wird. So, aber ich nehme mich wieder zurück zu dem Minecraft. Und natürlich könnt ihr euren Spielernamen nicht ändern, wenn der Spielernamen existiert. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Theominecraft hier eingebe, wird hundertprozentig gleich die Nachricht kommen, Spielernamen existiert bereits. Das heißt, das ist ganz gut. Warum diese Funktion? Ganz simpel. Ihr könnt jetzt ja über die Webseite von Mojang auch euren Spielernamen ändern. Ihr könnt den ja über Mojang ändern. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Bock habe, Theominecraft zu heißen, wenn ich keinen Bock mehr habe, Theominecraft zu heißen, Oh, das war richtig. Hört sich komisch an, dieser Satz. Kann ich den über Mojang ändern? Und dann muss ich den natürlich auch noch hier ändern in diesem Projekt, damit er auf den Server draufkommt. Whitelist und so. Ja. Das wäre es soweit von diesem Projekt. Aber das war noch nicht alles. Es gibt noch eine ganz tolle Sache und das ist zu Minecraft Warrior. Vielleicht habt ihr es schon vergessen, aber Sergius, unser super Designer hier, hat sich dran gemacht und ist fertig. Und das Ergebnis hat mich selbst vom Hocker gehauen. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gesagt, okay, ich werde nie wieder versuchen, annähern, was so Gutes zu designen, weil das sieht sowas von hammergeil aus. Aber ich werde mich noch in einem anderen Video dazu äußern. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal frohe Ostern. Schon mal jetzt. Es wird sicherlich vielleicht noch hoffentlich ein Video vorher kommen. Ansonsten, Leute, macht's gut. Ciao und bis bald. Ciao und bis bald.